hallo und herzlich willkommen ich bin euch wieder auf die jagt nach dem ticket und heute habe ich das spiel wikings war of clans ich werde das spiel sofort starten vollbild und ton habe ich drin ok gut vollbild und dann machen wir weiter wo wir jetzt aufgehört haben erst noch ein minuten warten und da sind wir schon jawohl dann annehmen verbessern ok stufe eins ein krieger trainieren 2000 kreativen ja gut dann muss man das machen oder 2000 krieger stufe eins krieger trainieren um krieger trainieren krieger trainieren da da ist die kriserne truppe trainieren also die man wahrscheinlich irgendwelche leute gehe ich mal stark von aus weil ich sehe jetzt kein krieger fahr mal mit die söldner an das dauert oh das dauert so lange und dann sind das nur gerade mal 130 oh koste los ok stückwerk auf 6 verbessern Krieger, das läuft jetzt 50 Minuten, was haben wir denn noch, da ist man die gegangen, tägliche Energie des Helden aufgeben, mhm. Stufe 1, Krieger, Heile, Einträge liegen, auf Level 1, Zerstörung, was für Einträge liegen, gehen wir da hin, klar, das ist ja weiter, seltener, 25 Minuten, ok, ich bin jetzt gerade am trainieren, Ich mache gerade mein Sägewerk weiter, erforschen, beginnen, verbessern, ok, Der ist jetzt am forschen, oder? Nochmal zurück, nochmal, nochmal, ah, das man hält, äh, darauf, Standard, Forschung, Steinabbau, Verbessere die Forschung, Steinabbau, beginnen, Steinabbau, ah, das ist Steinabbau, ok, eh, nicht nur 9 Minuten, das kann doch nicht, ich war, lieber Herr Gesangsverein, ok, dann habe ich die drei Sachen schon mal anlaufen, wöchentlich, ich brauche noch nicht anschauen, monatlich auch nicht, dann gehen wir erst zu den täglichen wieder rüber, Gold ausgeben, so viel Gold habe ich gar nicht, Eisen am Ressourcen Standort nehmen, ich glaube, das könnte man machen, dann gehen wir mal auf die Landkarte, oh, cool, Wötland, Holzfäller, Wötland, was steht da, du kannst, du kannst die Stadt eines Jahres angreifen, diesen Schloss unter Level 6 bis A, aber du erhältst dafür keine Ressourcen, selbst wenn du gewinnst, den könnte ich angreifen, den könnte ich angreifen, ich muss mindestens Level 6 angreifen, ob da noch einer da ist, was ist das hier, ein Dringlingsversteck, da wollen wir was mit einem Dringling, Dringlinge, ich kann 10.800 Leute mitnehmen, ich habe 901 mit, eine Ablechendung, ein Ablechendung, 20 Sekunden bin ich da. Was machen die da jetzt? 35 Minuten sind sie dran. 35 Minuten ist mein Stück zu ganz allein. Na gut. Mal schauen was da passiert. Ich denke mal irgendwas von den Sachen. Holen sie raus. Anzahl von Silber. 500.000. Oh gut. Dann gehe ich jetzt wieder zurück in meine Stadt. Draußen muss ich jetzt auch 35 Minuten warten. Und mach mal hier so ein bisschen weiter verbessern. Was ist das da? Annen. Annen. Ok ja. Annen. Sat газ permite万en wbrarea Klappworks bleibt. Hier steht zo n zu� Esken. Hier steht zun zuviel min. Aber. Beginnen und gleich Abschließen. Muss man das verstehen? Ich nicht. da macht er das wie gesagt ich glaube das muss man nicht verstehen 5 sind noch übrig, da sind alle 5 von Premium da muss ich warten bis die oberste fällig ist kann ich weitermachen hier haben wir alles in Gange Forschung sind vorbei bauen machen wir und trainieren tun wir auch meine Fähigkeiten ich habe 9 Fähigkeiten noch Bautempo Lerntempo was mache ich jetzt Nahrung ja Nahrung auf Maximal verbessern und hier und hier eine schnellere Energie Gewinnung ist besser wie ein kleinerer Verbrauch wie ein kleinerer Verbrauch weiß ich nicht denke ich denke ich schau mal so schau mal so schau mal so Schloss muss auf Level 12 sein, auf Level 12 und da auch bestimmt. Aber jetzt sind diese Sachen alle fertig. Okay. naja ich bin auf platz 99 plus mit 15.000 irgendwo kommt bestimmt so ein großer Cut wo keiner weiter gespielt hat aber der ist so wie es aussieht ist zu weit weg Klan Königreich Ich Keine Antriffe keine Verteidigung keine Plömer nicht genug Impuls Ok Breaking Punk haben wir auch schon gemacht Aber hier Hier haben wir noch Du hast 2 3 Ok Brauchen wir nicht Schutzschild Beenden Oh Ich habe noch nicht mal ein Folie gekriegt Ich habe ja auch nur Gäste in der Spiegel Und die Schatztruhe annehmen Was haben wir noch hier? Klan Beenden Freue ich nicht Tränen Zeltner Bede ich gerade schon 130 war noch so Ja 130 aus Post habe ich auch nichts Da habe ich was auf erst 40 Grad machen Ne Vorgestern Und Gegenstände Kaufen 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 Tool ist ja als Level 1 Benutzen Level 2 Benutzen Schön Ich habe Sachen gekriegt Damals Damals Gestern Und Damals Eisen Silber Stein Eisen Holz Nahrung Boost Boone Ah VIP 30 Minuten 1 Stunde Aktiv Ah Die muss ich nehmen Speicherpunkte Held Held Umbenennung 1 Held aus den Ändern 1 Militär 1 2 1 2 2 2 2 3 3 5 5 2 3 3 4 4 5 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 13 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 11 10 15 11 15 15 ich finde es ja nicht ganz so schön das spiel das habe ich damals noch nicht mehr weiter gespielt aber dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächsten video bei bis dahin viel spaß und auf Wiedersehen Bye Bye